Musik Ah! Save me! Save me! Ah! If we're going to have a high tariff, I might as well get a little high myself. Ich bin Bishop Hogan. Ich bin nicht von der Kirche. Ich heiße Phyllis Hogan. Und ich halt's am Strand einfach nicht aus. Howard Hogan, Filmregisseur. Pam. Pamela. Pam. Mein Name ist Papo Martin. Meine Freunde nennen mich Papo Martin. Sie können Papo Martin zu mir sagen. Mein Flugzeug ist abgestürzt. Es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe, nehme ich an. Ihr habt es nicht ausgemacht, hab zu stürzen. Echt? Es war... Cool. Bist du Schauspielerin? Ja. Du hast vielleicht ein paar meiner Filme gesehen. Ich glaube, ich könnte dich lieben. Ich liebe dich, Bishop. Halt's Maul. Vier Mösen für ein Halleluja. Raum Fick Enterprise. Popokalypse. Wow. Ich hatte ein Kind, das ich liebte. Und ich habe ihr beigebracht, Nonnen die Arme abzuhaken. Ich wurde in Italien angerufen. Mit der Mitteilung, das Flugzeug sei abgestürzt. Ich war erleichtert. Und voller Reue. Ich liebe dich, Bishop. Howard ist wunderbar im Bett. Und ich kann das beurteilen. Ich habe mit zwölf angefangen. Und an ihrer Brust habe ich meinen wilden Sohn und meine verschrobene Frau auch vergessen. Und wir entstiegen dem Ozean, wie Adam und Eva, Venus-Schaum geboren. Und ich schieße meine Ratze in die Luft und ich schreie Ja! 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 Und die dämlichen Scheißaffenmixer haben keine Ahnung, was zum Teufel los ist. Und du warst ganz nah bei mir. Und ich will doch ein guter Vater sein. Ich wünschte, es würde mich jemand umarmen. Ich wünsch dich hekt. Ich wünsch dich wer. Ich wünsch dich, 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 wünsch dich. Will er nicht sein? Das fehlt mir. Ich heiße Phyllis. Ich glaube, ich könnte dich lieben. Ich liebe dich' Voids. I love my family. Ich liebe dich, hallo! Ich liebe dich, occurrence votre�rid! Untertitelung. BR 2018